hallo du brauchst nur vier tage um dein leben nachhaltig zu verändern wartest du vielleicht immer noch auf den anstoß den kleinen schubs der dich dazu bringt an deinen alten gewohnheiten anzusetzen und endlich was in deinem leben zu verändern dann habe ich hier genau das richtige für dich deinen start in neue gewohnheiten ein neues mindset und wieder eine gute ernährung unser balancing system die x4 dieses system setzt genau dort an wo du es brauchst an deinen gewohnheiten damit du wieder neue energie tanken kannst an deinem mindset und an deiner ernährung und in diesem programm sind innovative komplett neu entwickelte produkte die dich dabei unterstützen werden körper und geist wieder optimal in die balance zu bringen wie läuft dieses programm jetzt ab an den ersten beiden tagen werden wir die kalorienzufuhr ein bisschen reduzieren um dann an tag drei und vier seine ernährung anzupassen mit gesunden grünen und leckeren lebensmitteln du wirst innerhalb von kürzester zeit schon spüren wie sich dein körper verändert und du dich wieder richtig frisch ausgewogen und voller energie fühlst lass uns mal ein bisschen tiefer gehen und mal schauen was ist in diesem body balancing system eigentlich alles enthalten wir haben forever term plus mit drin forever term plus ist ein nahrungsergänzungsmittel mit guarana grünem kaffee safranpulver und dieses nahrungsergänzungsmittel unterstützt dich dabei deinen energiestoffwechsel richtig in schwung zu bringen und zu einer normalen aufrechterhaltung deines nervensystems außerdem findest du hier unser forever duo pur ein nahrungsergänzungsmittel mit granatapfellextrakt und jolin für eine normale leberfunktion und unser mega leckeres forever malteif ist das ist eine brause tablette die gibst du einfach in deinem wasser die löst sich auf schmeckt mega lecker nach wassermelone und kurbelt deine flüssigkeitszufuhr an wir haben außerdem noch das forever lemon blast mit drin das ist auch ein pulver ein pflanzlicher stick den du in wasser auflösen kannst schmeckt mega lecker nach zitrone und ingwer und dient dazu mit ganz viel magnesium deinen elektrolythaushalt im gleichgewicht zu behalten unsere forever sensations die kannst du zum beispiel auch immer benutzen wenn du das gefühl hast du hast ein bisschen hunger denn hier sind lösliche ballaststoffe mit drin die das 50 fache an wasser aufnehmen können und unterstützt dich eben genau bei diesem gefühl von heißhunger und unsere mahlzeit unser mahlzeit ersatz der forever plant protein shake hier hast du 17 gramm eiweiß aus kürbis und erbsen protein und unterstützt dich natürlich auch beim erhalt deiner muskelmasse last but not least unser star unser aloe vera gel hier hast du wirklich die volle kraft der aloe du hast über 160 nähr und vitalstoffe ganz viel vitamin c zur aufrechterhaltung deines immunsystems du siehst du kannst in vier tagen schon unglaublich viel verändern und ich wünsche dir ganz viel freude dabei neue gewohnheiten zu entwickeln deine ernährung umzustellen und fit und gesund in einen neuen lebensstil zu starten so Untertitelung des ZDF, 2020